anderen spielen war doch hält sich hält sich in grenzen aber na ja immer froh drüber dass es nicht allzu teuer ist hier ja wohl so ein paar tausender kostet sich auch schon wobei ich habe ja need for speed underground damals gespielt da hat es mich persönlich fast schon gestört dass du wirklich so irgendwann so geld zum hast wo er nichts mehr damit anzufangen weiß ich weiß dass ich need for speed underground zwei war das glaube ich mit meinem anfangswagen durchgespielt habe ja ich auch schon der der erste 106 genau dem hatte gleich am anfang mit dem habe ich das bis zum schluss durch gespielt den perjot hatte ich da auch eine ganz 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 lange zeit und und fragte mich einfach nur warum der war brauchte nichts besseres habt ihr das jetzt bitte gespeichert ja ok fehlt doch noch was das dann die karosserie farbe hier noch mal ein bisschen alles muss ja ein bisschen geändert werden hier alles muss ja anständig aus richtig sollen denn sonst die leute denken ne also wird dann schon die nachbarn auch noch und die nachbarn erst ich sag's dir muss ja alles klappen richtig muss ja auch farblich zu mir passen unterboden lichtfarbe ganz wichtig pink ich mir auch aber ich hab's dennoch sein lassen wobei was soll's so wow scheiße ist er schnell wow scheiße das ist mir ja fast zu schnell ich hab meine anständige äh ist reller jetzt hier die wieder zum charakter passt ok hey was geht ab motorradtreffen hier ja jo wenn die passt äh hervorragend zum charakter ja irgendwie schon perfekt äh aufeinander abgestimmt gut rennen fahren äh du hast eh die schnellere das teil ist schneller als meint aber egal einfach geradeaus einfach geradeaus siehste na gut es war mit nitro einspritzung ne da komm ich trotzdem nicht ich war wohl wir sind fast gleich schnell ja aber sobald mein nitro weg ist halt ja schon verschwindeste also mit nitro komm ich äh kann ich mit dem mithalten aber sonst und sonst eher nicht zu schnell aber ich komme damit relativ gut klar wird sie kein verkehr ist was ich nicht andere dann geht das naja solange geradeaus fahren muss keine kurve fahren muss das klingt nach Need for Speed nicht weil wenn du mal eine enge Kurve fährst und mal nach links oder so ausbrichst ich sollte nicht die Handbremse ziehen und dabei um die Kurve fahren dann lande ich nämlich hier auf dem Geländer das muss nicht sein wie man Sturz ne dann dann sitz ich so hier wer stupst sich denn an wir haben den Channel nicht gewechselt oh ne wieso haben wir denn nicht Channel nicht gewechselt weil wir den Channel nicht gewechselt haben oh hast du aber auch nicht nachgedacht ich sag ihm kurz Bescheid ja Spielpause oh macht er das tatsächlich ja ja und ne dann dann sag ich ihm nicht Bescheid nö 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 siehst du gar nicht ein siehst du gar nicht ein ne wenn das Spiel unterbrochen wird kannst du mir das Channel Passwort verraten ja äh ja 8 4 B 3 7 9 38 1 halb so ungefähr was auch immer dein Kopf äh als du ihn über die Tastatur gerollt hast halt rausgespuckt hat richtig BAM sehr schön in die Dings geglitscht in den Betonpfeiler da ja sehr schön wie seins eigentlich aus bleib mal stehen ich bin deins hier nicht so genau angeguckt schiebt einfach alle weg na ah und mit rotem Sitz auch noch ja ja wenn schon denn schon was hast du eigentlich für beknackte Rasterlockenhaare ich hab jetzt Rasterlockenhaare seit wann hast du Rasterlockenhaare seit gerade eben die wehen auch so schön im Wind weißt du Gott muss auch mal sein ja man muss sich ausresten ja man was für eine schöne äh Estrada ist das glaube ich kaputt gemacht na hol nicht rum dafür kann ich noch fahren da muss ich mal den den anderen Wagen auftunen damit ich mit der Geschwindigkeit auch wieder mithalten kann meinst du dass du es kannst ja dafür ist meinst du dann wesentlich wendiger ne ja aber der eine äh ist genauso schnell ok der Lambo ist glaube ich sogar noch schneller als das Teil den du mir ja weggeschnappt hast aber insgesamt bist du egal mit welchem Fahrzeug schneller selbst mit dem Müllwagen bist du schneller als ich weil du fährst nicht so viel an wie ich sagst du währenddessen ich gerade gegen eine Wand knalle und vor meinem Fahrzeug geschmissen Böses Omen ha ich war erster du hast mich ja auch eiskalt vor meinem Bein geschwissen ich habe jetzt tatsächlich wieder die Zombiestimme doch das muss mal sein ach jetzt geht der Scheiß wieder los aber nicht mit den Radiosender du fährst und nicht durch das rote fahren ah durch das blaue ja das ist gut echt? das gibt uns Sekunden aber das sind Panzer ja aber es gibt uns halt Sekunden und wenn du durch das rote fährst dann gibt es Minussekunden ich sehe schon warum muss er diese Sache machen, warum kann ich nicht fragen? weil ich cool bin und spreche wie ein Zombie also ich finde es so schlimm stelle ich mich nun auch nicht an vielleicht am Anfang wo ich noch den Sender gewechselt habe ich habe es geschafft nee doch ja das hättest du nicht gedacht hätte ich es auf Anhieb schaffe doch dadurch dass du das ja schon mal gespielt hast ich vertraue dir nicht nur weil ich etwas schon mal gespielt habe heißt es nicht dass ich das gut mache ja doch aber da du dich das einfach schon mal gesehen hast aber halt am Anfang weiß ich noch hast du glorreich versagt bei dem Quatsch ich bin ja auch durch alles gefahren und lese mir ja immer keine Beschreibung durch und so au hab ich nie gesehen du hast mich vom Beifahrersitz gekickt vom Beifahrersitz ehrlich ehrlich das war äußere Schlecksmeine ich komme von der anderen Seite reingeflogen und BAM rausgekickt oh shit wie haben wir die Polizei hinter uns ja wir haben auch den schnellsten Wagen den wir finden konnten ja dann kommen wir auf jeden Fall durch eine Straßensperre aber hey ich hab wieder ein bisschen Bargeld erst mal Verbesserungen kaufen genau mach das mal und wenn du dann fertig bist sagst du Bescheid dann nehme ich den nächsten Auftrag an das war eine Ampel erst mal hier stündliche Einnahmen von 500 muss man hier irgendwelche Bandenfähigkeiten eigentlich noch machen ich weiß das nicht mehr nee war nie nötig ja erst mal den Schaden von Kugeln und von Feuer reduziert kommt bei mir alles noch mach ich dann wenn ich wirklich wieder so krass am sterben bin dass ich sowas definitiv brauch ja ich hab schon vorhin gemerkt dass das P-Upgrade nicht schlecht war ja oh warte da war ein Foto der wollte ein Foto von mir ich geh da kurz hin das ist Fanservice ja ja klar ja oh jetzt hab ich ihm die Kamera aus der Hand geschlagen scheiße boi so dann nehmen wir mal den nächsten Auftrag an jup schon dabei oder wollen wir hier noch shoppen und gucken was die so haben ne jetzt gerade nicht obwohl ich kann das Gebäude kaufen ist ja nicht verkehrt wenn ich mal was kaufe ja ja muss natürlich zwei Meter davor einspringen klar ja 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 wenn du nicht sicher bist so lange weiterfahren bist du an Deutsch okay wir müssen Sachen kaputt machen mit den gegebenen Waffen äh wie war Granate werfen äh einfach mal bei mir ist es äh linker äh der 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 die Maustaste äh die Maustaste die Kontrolle hinten bei mir ist es mittlere Maustaste drücken mhm ja das wir ja ohnehin Granaten haben und sowas das geht schon nee oder so hab's schon mhm Ballerei yeah mhm ich hätte lieber nen Panzer aber zum Glück vier Minuten ne werden wir brauchen um 200.000 hier irgendwie da zusammen zu kriegen ach komm wir haben schon die Hälfte ähm ein Viertel ein Viertel ja 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 spät und so bla ja bei dir ist irgendwie immer spät kann das sein klar die einfachste aus selbst morgens ist bei dir spät morgens ist bei mir früh sicher immer aber das das äh sind halt dieselben Voraussetzungen wie wenn es